So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Gaming Channel. Hier ist der Jens und hier ist mein Video zur Open Beta von Skull & Bones. Hier die wichtigsten Informationen von mir für euch nochmal kompakt zusammengefasst und ich bin jetzt hier auf der deutschsprachigen Homepage von Ubisoft zu dem Spiel unterwegs und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Ich werde euch sagen, seit wann der Prelude möglich ist auf den Plattformen, was ihr an Inhalten habt in der Open Beta und es gibt einige interessante Sachen, was den Spielfortschritt angeht, aber auch wenn ihr die Plattform wechselt, was mit eurem Fortschritt passiert. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und das ist auch auf der Homepage sehr, sehr löblich, sehr, sehr schön aufbereitet. Daher hier auch meine Bildschirmaufnahme direkt von der Ubisoft.com Homepage zur Open Beta von Skull & Bones. Ihr seht jetzt erst einmal hier, der Prelude ist also möglich auf PC, PlayStation 5, Xbox Series XS und im Epic Store. Das heißt, die PC-Version wird hier also im Epic Store, aber auch ansonsten ganz normal vertrieben und PlayStation 5 und Xbox Series X und S dann entsprechend im PSN Store und im Xbox Store hier für euch verfügbar. Jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, welche Features gibt es denn jetzt hier in der Open Beta. Ihr seht es jetzt hier, Spiele ohne Grenzen, Spiele ohne zeitliche Begrenzung bis Ruhmstufe 6, Rang 1, Brigant. Nach dem Erreichen dieser Stufe kannst du weiterhin die Welt von Skull & Bones erkunden. Das heißt, ihr könnt bis Ruhmstufe 6 spielen, das ist das maximal Mögliche, aber auch die Welt dann weiterhin erkunden. So steht es hier auch drin, finde ich schon mal ziemlich cool. Wir kommen auch gleich noch dazu, was mit dem Spielfortschritt passiert, denn das ist eigentlich das Interessante an der Open Beta, aber da kommen wir gleich nochmal im Anschluss darauf zu sprechen. Fortschritt behalten, das ist es Leute. Das ist für mich absolut genial, dass ihr den Fortschritt der Open Beta behaltet. Ihr seht es jetzt hier, dein Fortschritt wird bei der Veröffentlichung übertragen, wenn du das Spiel kaufst, ausgenommen die Ruhmpunkte, die du nach dem Erreichen von Ruhmstufe 6, Brigant, verdient hast. Da wird dann quasi ein Cut gemacht bei Ruhmstufe 6, aber ich denke mal, auch das ist erstmal eine Stufe, die du erreichen musst, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Finde das aber ganz cool, dass man da schon mal ein bisschen Spielfortschritt erzielen kann und eigentlich ganz cool. Exklusive Belohnung können wir auch verdienen, ich bleibe jetzt hier mal mit dem Cursor drauf, schließe Heldentaten ab, die eines berüchtigten Piratenkapitäns würdig sind und schalte Belohnung frei, die du bei der Veröffentlichung verwenden kannst. Das werden wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Wie gesagt, ich muss sagen, sie haben die Open Beta hier super gut aufbereitet, deswegen musste ich mir jetzt hier auch nicht noch eine Arbeit machen, irgendwas Eigenes zu basteln. Ich denke, das geht für euch aber auch in Ordnung, denn das ist absolut übersichtlich und auch informell sehr, sehr gut hier gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer will, kann sich hier den Open Beta Trailer nochmal anschauen, den ihr auf YouTube selber natürlich dann auch mit den entsprechenden Stichworten findet. Und dein Weg zur Open Beta. Klar, also hier geht es darum, wie ihr jetzt dazu kommt. Das Ganze schauen wir uns jetzt hier an. Ihr seht es jetzt hier sehr, sehr gut. Ich sage euch mal die Zeiten. Für uns ist natürlich die europäische Zeitzone hier interessant. Der Preload ist also schon seit gestern, dem 6. Februar, auf allen Plattformen möglich. Ihr könnt euch also überall die Open Beta schon runterladen. Und die funktioniert ab dem morgigen Tag, 8. Februar, 3 Uhr AM CET. Das bedeutet tatsächlich, 3 Uhr morgens deutscher Zeit wird die Open Beta an den Start gehen und sie endet am 11. Februar um 23.59 Uhr. Das heißt, wenn ihr es ganz genau nehmt, könnt ihr sie fast drei komplette Tage lang durchspielen. Jetzt müsste ich mal rechnen. Das müssten also 72 Stunden sein, minus drei Stunden, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Also ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, die Open Beta 69 Stunden theoretisch zu spielen. Finde ich auch sehr, sehr knackig. Finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, jetzt gucken wir uns noch an, was in der Open Beta nämlich drin ist. Das sind eigentlich sehr coole Sachen. Ihr seht jetzt hier rechts unten die entsprechende Übersicht auch. Wir gucken uns das mal an. Dynamische Events auf jeden Fall. Ihr könnt gegen das Geisterschiff zum Beispiel spielen, gegen Seemonster, gegen Elite-Schlachtschiffe und natürlich auch Convoys überfallen und Beute machen, sage ich jetzt mal. Sehr cool. Ich muss auch sagen, mir hat das Spiel in der Open in der Closed Beta, Entschuldigung, schon wirklich gut gefallen. Noch mal hier vielleicht auch der Hinweis noch mal eingeworfen. Ihr werdet ab Release auch was auf dem Kanal sehen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Spiel für Livestreams, kann ich mir vorstellen. Und das ein oder andere könnte ich mir auch vorstellen, was Spektakuläres, vielleicht ein schöner Fight gegen einen Seemonster oder gegen das Geisterschiff oder whatever. Das könnte ich mir auch vorstellen, als separate Videos rauszubringen. Wer also sowas gerne mal sehen möchte oder sich generell von dem Spiel vielleicht noch ein Bild machen möchte aus der Praxis heraus, gerne Kanal abonnieren. Wenn ihr unsere Art mögt, wenn ihr Interesse auch an dem Spiel unter anderem habt, da werden wir auf jeden Fall was zeigen. Und ich freue mich definitiv auf dieses Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt mal wieder zur Open Beta. Ich hatte ja jetzt gesagt, dynamische Events. Dann gibt es fünf Rewards, die ihr euch hier abgreifen könnt. Und es ist gar nicht so einfach, jetzt auf diesem Bild hier was zu sehen. Das seht ihr da oben. Das müsste ein Kanonenskin sein, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir da unter Kostüme. Dann haben wir da einen entsprechenden, ein Tier. Das dürfte so ein Affe sein oder irgendeine Affenart, eine Meerkatzenart, die ihr euch vielleicht so mit an Bord nehmen könnt. Dann habt ihr noch ein Kapitänsoutfit. So würde ich es jetzt hier einfach mal sehen. Aber wie gesagt, unabhängig davon, wie genau oder nicht genau ich das jetzt eben in dem Fall beschrieben habe, ihr könnt euch noch fünf Rewards freispielen, die ihr dann auch bei der Übernahme in die entsprechende Vollversion mitnehmen könnt, wenn ihr euch das verdient habt. Ich hatte es ja eben schon gesagt, dass interessant, dass da eine Open Beta ist. Neben dem Spielen selber natürlich gerade auch für Leute, die noch nicht wissen, ist es ein Spiel für mich oder nicht. Jetzt könnt ihr loslegen, sprich ab morgen, drei Uhr morgens in Deutschland. Und ihr könnt euch alles entspannt anschauen. Vielleicht wird das sicherlich den einen oder anderen Käufer auch noch geben. Ich habe sie ohnehin schon vorbestellt. Ich freue mich richtig drauf. Ich finde das Piraten-Setting sehr gelungen. Und wie gesagt, ich hatte ja auch in der Closed Beta reingeschaut und auch dort ein Video gemacht. Und weitere Sachen noch, die natürlich auch wichtig sind. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Klar, da, wo sie das Spiel natürlich dann auch entsprechend bei Release platzieren. PC, Playstation 5, Xbox Series XS. Dann gibt es auch ein Progression-System. Das haben sie ja gesagt. Das bedeutet hier in dem Zusammenhang einfach, dass ihr von der Open Beta zum Launch euren Spielfortschritt der Open Beta 1 zu 1 mitnehmen könnt. Das finde ich unfassbar gut. Das gibt einem dann auch nochmal zum Launch, zum Release einen kleinen Vorsprung gegenüber einigen anderen Spielern. Wobei das jetzt persönlich für mich nicht so wichtig ist. Aber es ist natürlich auch eine Motivation, die Open Beta zu spielen. Definitiv. Zumindest aus meiner persönlichen Sicht. Und was ich auch gelesen habe, ist die Tatsache, dass ihr den Spielfortschritt, egal auf welcher Plattform ihr spielt, auch auf eine andere Plattform mitnehmen könnt. Das soll demnach also auch funktionieren. Jetzt muss ich mich natürlich da schon irgendwo fragen, wenn ich das auf der einen Plattform kaufe, wieso kaufe ich mir das dann auch auf der anderen Plattform? Ist jetzt schon mal so ein bisschen mein eigener praktischer Gedanke. Aber unabhängig davon, das darf hier jeder halten, wie er will. Vielleicht spielt auch jemand die Open Beta auf PC und kauft sich das dann auf Konsole. Auch dafür ist das dann meiner Meinung nach zweckerfüllend. Das könnt ihr dann also auch diesen Spielfortschritt dann auf eine andere Plattform zum Launch mitnehmen. Und das finde ich super gut, Leute. Das finde ich super gut. Also 8. bis 11. könnt ihr das Spiel spielen. Dann kommen ja die normalen Versionen am 16. Februar raus. Und die beiden höherwertigeren Versionen, die es gibt, die kommen ja dann entsprechend. Oder war es nur eine höherwertige Version? Egal. Auf jeden Fall eine Nicht-Standard-Version. Habe ich ja auch im Video gemacht. Welche Version kaufen, kann ich euch ja gerne hier verlinken, falls es dieses Videoformat von der Bildschirmaufnahme zulässt. Ansonsten gerne in der Playlist mal reinschauen. Ich habe ja auch die Versionen vorgestellt, die es gibt. Und ansonsten, dort ist der Start dann von den Sondereditionen oder der Sonderedition schon am 13. Februar. Standard 16. Februar, Sonderedition 13. Februar mit drei Tage Early Access. Und wie gesagt, die Demo ab dem morgigen Tag 8.2. bis 11.2. spielbar. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns gerne auch zum Release von Skull & Bones und natürlich auch zu anderen Videos, zu anderen Spielen auf dem Kanal. Das, was wir so für euch hier zeigen. Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.